hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge the hunter wir gehen heute auf die jagd nach fassaden und ja da müssen wir mal gucken was man hier für kippt dabei beziehungsweise ausgerüstet ja komm laden mal ein bisschen schneller danke so dann nehmen wir nämlich den bogen und die schrottflinte mit vogelschrott für perfekt und das ist schon wieder technisch ja gut ich würde sagen ich suche jetzt mal ein paar fassaden raus hier könnte schon mal rufen dann sehen wir uns gleich wieder hat uns gerade ein verwildertes schwein gerufen naja ja gerne beim nächsten mal jagen oder gerade da drüben ein kaninchen entdeckt das sitzt da so ganz friedlich rum aber fassaden haben sich bis jetzt weder gemeldet noch sichtbar gemacht ja gespannt was wir sonst noch so ja jetzt finden für die fassade finden denn meistens ist ja das tier was man gerne jagen möchte nicht wirklich in reichweite sondern da weiß wedelhörsch oder maultierhörsch weiß wedel wird lasst man in meine ruhe dreht sich sowieso gerade wieder rum und suche weiter nach fassaden bis gleich ja schon wieder ziemlich schnell jetzt hat nämlich noch ein männlicher weißweilhörsch gerufen hier scheinen grad ziemlich viele zu sein wenn mir der vor das gewehr läuft dann drücke ich natürlich ab weil der ist da doch etwas interessanter da der nämlich ich sag jetzt mal mehr erfahrung gibt wo ist denn mein scope ist nicht da wieso ist mein scope nicht da das ist jetzt doof mich hier so rotpunkt visieren starke sache was soll's die weißweilhörscher wir tyrannisieren das mit dem rufen ein bisschen aber gerade wo ich das gedacht habe ist hier vorne so nett am ende nicht aufgetaucht schönes geweihert sei jetzt nicht unbedingt aber er hat immer ein 1 mal sagen den holen wir uns dann mal noch nicht so geschossen glaube ich renn halt weg dann rennt da noch ein wildschwein hat sich gerade niedergelegt gerne mal schnell in der einsammeln was seine sollte hätte ich eigentlich nicht verscheucht haben weil die reagieren auf sowas meistens gar nicht sind da ziemlich entspannt sagen wir es mal steckt den kopf in den boden ich glaube das ist nicht gerade die beste alternative na ja gut wenn mir in die linke lunge geschossen wird dann renne ich auch erst noch mal 4,7 sekunden lang weg naja dann suche ich mal weiter nach fassaden die wir eigentlich jagen wollten aber am wenigsten schon mal einen abschluss hinten im gebüsch haben wir doch schon wieder irgendeinen hirsch ob maultier oder weißt du das kann ich gerade schlecht bestimmen sieht man so schlecht auf die distanz ich weiß ja nicht irgendwie möchten die tiere gerne ärgern da nähert sich doch mal was interessantes zwar immer noch kein fassaden aber das ist doch mal ein prachtexemplar mit dem geweih wenn wir den bekommen ist mal gut dabei wir sind hier gerade auf dem hochsetz und der kommt näher das finde ich gut er kann es nämlich so gut wie gar nicht bemerken wenn ich dann mal das müsste er gewesen sein ne nein war er nicht noch ein männlicher wir nehmen den bogen für den hier hinten ganz eindeutig wir nehmen den bogen da hat uns gerade jemand verlassen na komm her ja keine angst haben wir beißen nicht na ich würde sagen wir warten kurz bis er näher ist weil sonst stehe ich jetzt 5 minuten lang in der aufnahme und ihr seht wie ich da warte dass er kommt also bis gleich oder jetzt wird es ernst der feld muss sitzen wenn der nicht sitzt verschöchtert er wahrscheinlich auch noch ist die frage vor allem wo setzt man den hier oben so glaube ich ne jawoll den haben wir sehr schön und der andere ist glaube ich der da hinten der gerade wegläuft oder da sehe ich doch was jawoll das ist der den müssen wir uns auf jeden Fall holen der hat auch ein sehr schönes Geweih so den mal einsammeln hier juhu was war denn das für ein Abschluss perfekt und ich würde sagen ich versuche mir schnell mal da hinten den anderen noch zu holen also seid schnell ich muss natürlich hinsneaken ich ruf ihn mal und dann läuft das wir werden hier gleich von einem weiblichen Weißwiedelhörsch überrannt der ist da gerade im Tal verschwunden vor mir und der männliche kommt auch hierher aber wenn uns dieser weibliche hier jetzt nach hinten abhaut und verscheuchte uns dem männlichen wäre ich sehr traurig ich veranfache die frage sofort aber jetzt gerade geht schlecht komm komm wo bist du danke perfekter Abschuss so muss der sitzen so dahinten kommt der männliche das wird auch noch ein bisschen dauern bis er da ist wahrscheinlich vielleicht schaffen wir es sogar dass er zum Hochsitz kommt dann warte ich da also würde ich sagen bis gleich ok Leute jetzt kommt es drauf an wenn wir den hier bekommen haben einen schönen Abschuss wir lassen ihn noch ein stück näher kommen das geht noch geht noch alles hier bis dahin ungefähr lassen wir ihn hoch kommen wohl der sticht grad zu gut wir versuchen unser Glück gesetzt ja spannend wollte ich den nicht gerade so wir haben nach wie vor keinen passen gefunden dafür haben wir aber schon drei weiße lösche getötet oder vier ne vier müssten es schon gewesen sein er hat einen neuen pursing neues pursing wer heißt das richtig ich habe ihn so durch den Kopf geballert dass ich ihm den Halswirbel noch mitgetroffen habe da finde ich gern mein Trophy schad interessant so annehmen läuft ich hoffe natürlich dass wir jetzt noch was finden und da hat gerade jemand ein schönes Waldkaninchen abgeschossen können wir auch bald ein paar machen so nach der langen Zeit die wir jetzt schon hatten hat endlich ein Fassaden gerufen und zwar genau vor uns cool ich werde hier fast drauf getrampelt mal gucken wo er ist es ist nur eine Frage der Zeit bis wir ihn finden oder bis er uns abhaut und dann dafür einen neuen suchen ich hoffe dass er uns nicht abhaut beziehungsweise ich werde gleich pfeifen wenn ich nah dran bin und dann haben wir ja die Schrotflinte und schießen die einfach aus der Luft raus Ziel der Sache so ein bisschen wie Tontoppen schießen nur mit einer Schrotflinte obwohl macht man das nicht mit einer Schrotflinte Logic ist hier natürlich so ein genau so ein doofer Schatten und so ein doofes Gebüsch wo ist der Fassaden ich hab den noch gerade gehört hallo Fassaden ist jetzt abgehauen ich mach es mal anders verdammt naja ich weiß immer wo welche sind da vorne fliegt gerade einer und der ist da gelandet und da hinten ist er noch irgendwann eingeflogen hat Vorteile wir wissen jetzt wo sie hin sind die waren ein ganzes Stück weiter weg die sind irgendwie vorher schon anscheinend ein Stück abgehauen so schnell ist er ja nicht da weggekommen also wer sie ihn gefunden hat habt ihr ja eine kurze Pause oh der hat uns wieder Fassaden gerufen der ist jetzt weiter da drüben ich glaub die wollen uns ein bisschen ärgern die fliegen jetzt dahin wo wir grad herkommen boah aber den sollte ich jetzt gleich sehen und den bekommen wir auch ich glaube da ganz fest dran ist uns vollkommen in die Irre eben war er weiter nach da jetzt ist er weiter nach da wahrscheinlich ist er gleich wieder da vorne irgendwie die wollen uns einfach nur ärgern ich ruf ihn jetzt nochmal langsam müssen die ja mal drauf eingehen da drübe ich euch gerade in dem Moment weg und ruft ihr hier nochmal oder beziehungsweise ein anderer ne den Bogen wollen wir nicht nehmen wir nehmen die Schrotflinte und den bekommen wir jetzt so irgendwo hier muss er sein das ist nur die Frage wo ne laut dem Ruf müssten wir genau hier sein na komm zeig dich ich möchte eigentlich nicht pfeifen weil dann kann es sein dass er wieder weg ist wenn er mich eigentlich vollkommen veräppeln oder was genau hier war er doch hallo wo bist du jetzt die machen auch so ne so ne kleine Puffkante Jagd auf mich oder Junge 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 die haben wirklich keine Lust abgeschossen zu werden ein letzter Versuch Fassane aufzuscheuchen hier war eben noch einer dahinten rennt dich kriege ich die dass würde sagen das war's mit der heutigen Folge wir haben endlich den erlösenden Fassaden gefunden wir haben aber trotzdem sehr viele Abschüsse bekommen Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine kleine Bewertung da Und denkt immer daran, diese Folgen kosten für mich sehr viel Zeit im Aufnehmen Bearbeiten wiederum nicht so viel, beziehungsweise ja doch das Schneiden Aber gut, Render brauche ich es ja nicht Und der Upload dauert dann bei mir gefühlte 1200 Stunden Nächsten aber schon so, ja, zwischen 9 und 15 Stunden pro Video Das ist recht groß und meine Internetleitung ist recht schlecht Deswegen, seid bitte nicht allzu sauer, wenn ich hier nur das Wichtigste zusammenschneide Ich meine, das ist ja dann eigentlich auch nur spannender Und ja, das war's mit der heutigen Folge, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder Ciao